Gott und die Welt – ein Podcast der Kirche im NDR Teresa Brückner ist die erste Pastorin für die Kirche im digitalen Raum. Da hält sie auch Gottesdienste und spricht über Glaubensthemen. Als Teresa liebt, ist sie eine der wichtigsten Sinfluencerinnen der evangelischen Kirche. Aber was heißt das eigentlich genau? Ich spreche dort über Glauben und über Gott und über Alltag, auch über meinen Alltag als Pfarrerin, in der kurzen, prägnanten Art und Weise und in der Sprache, von der ich gelernt habe, dass die Leute das eher verstehen als die, die ich im Theologiestudium gelernt habe. Ist das Besondere dabei die Zielgruppe? Ich glaube, das Besondere dabei ist, zu sagen, dass Kirche zu den Menschen geht und nicht, dass die Menschen in die Kirche kommen. Und die Menschen sind nun mal auf Social Media. Und das bedeutet, dass dort die Zielgruppe gerade die sind, die oftmals nicht mehr in die Kirche gehen. Also bei meinem Account beispielsweise ist die Zielgruppe so, alle zwischen 25 und 45 sind so die größte Zielgruppe. Wir beschreiben dann immer regelmäßig Leute, die außerhalb dieser Zielgruppe sind, dass sie mir auch folgen. Aber das ist so die meiste und größte Gruppe, die aus der Kirche austritt. Und die folgen mir dort. Das heißt, die erleben Kirche nochmal auf ganz andere Art und Weise und sind oftmals nicht mehr primär immer in den Kirchgebäuden. Das eine ist ja, dass es da eine andere Form ist. Aber jetzt einmal zu den Inhalten. Was ist da anders? Ich poste beispielsweise Bilder. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Bildästhetik. Also auf Instagram muss ja gerade die Bildästhetik auch stimmen. Es muss ansprechend sein und schön. Das ist was, was mich schon immer fasziniert hat. Und das finde ich schon, was dann doch oft nochmals anders läuft, als das, was man klassisch von Kirche kennt. Das heißt, Bildästhetik ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann geht es darum, eine Sprache zu verwenden, die die Leute sprechen. Das heißt, ich habe meine gesamte Sprache auch in Gottesdiensten verändert. Ich nutze wirklich Alltagssprache und versuche, keine Fremdworte zu benutzen und schreibe dann über das, woran ich persönlich glaube, was für mich Kirche bedeutet, was für mich Glauben bedeutet, was zum Thema Tod und Sterben beispielsweise. Und das sehr persönlich und echt. Also um Verkündigung, wie man so sagt, geht es da trotzdem auch? Ja, natürlich. Also für mich ist immer klar, ich bin gerade auf Social Media sichtbar als Person und gleichzeitig aber auch mit meinem Glauben, weil das ja automatisch zu mir als Person dazugehört. Und dementsprechend ist das für mich Verkündigung. Verkündigung bedeutet eben, dass auch irgendwie ja mein ganzes Leben eine Form von Verkündigung ist. Das heißt, ich habe mich entschieden, mein Leben im christlichen Glauben zu gestalten. Ich glaube an Gott und dementsprechend ist das auch immer Teil meines Alltags. Also im Gegensatz zu vielen Gemeinden, wo ja die BesucherInnenzahlen runtergehen, haben sie ja großen Zulauf. Was ist da das Geheimnis? Wie würden Sie das sehen? Na, ich glaube, das Geheimnis ist, dass die Leute es konsumieren können zu Zeiten, zu denen sie gerade wollen oder wenn es ihnen in die Timeline gespült wird. Das ist ja schon nochmal ein enormer Unterschied, ob man sich digital etwas anguckt oder ob man sich wirklich auf den Weg macht an einen Ort und sich dort etwas anguckt. Dafür braucht man einfach viel mehr Zeit. Und beispielsweise Leute, die das Haus nicht verlassen oder die im Homeoffice arbeiten oder chronisch Kranke oder auch Alleinerziehende, haben oftmals gar nicht die Möglichkeit, ganz leicht an klassischen kirchlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Das heißt, wir brauchen Formen von Kirche, die eben auch das abdeckt. Also ist es niedrigschwelliger auch nicht nur in Bezug auf praktische Lebensgestaltung, sondern auch, wenn man ein bisschen schüchtern ist und erstmal gucken will, ist da auch sowas dahinter? Ja, also die Leute können natürlich Fragen stellen. Das erlebe ich ganz oft. Dass mir zum Beispiel neulich jemand geschrieben hat, ich bin eingeladen auf eine Hochzeit und werde das allererste Mal in meinem Leben in der Kirche sein. Was ziehe ich denn da eigentlich an? Was darf man denn so in der Kirche anziehen? Und dass man dann so ins Gespräch kommt. Und das, finde ich, ist ein totaler Schatz, dass ich da mit Menschen ins Gespräch kommen kann, die einfach erstmal Fragen haben zu Kirche und glauben und fragen, was bedeutet das denn für dich und wie verhalte ich mich denn richtig? Obwohl ich ja sehr klar davon ausgehe, dass es gerade für Kleiderordnung in der Kirche kein richtig gibt und dass das was ist, was eben lange tradiert wurde. Aber da eben mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die eben nicht dann zu einer Kirchengemeinde hingehen und dann da erstmal klopfen und diese Fragen stellen, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Spielt die Anonymität dabei auch eine Rolle, dass man sich da mehr traut? Ja, natürlich. Also das ist für einige ein ganz wichtiger Punkt und das habe ich jetzt gerade immer wieder erlebt im Zusammenhang damit, dass ich das Thema sexualisierte Gewalt immer wieder auch thematisiere, weil wir ja da in der evangelischen Kirche im Januar die Forumstudie, die wurde ja veröffentlicht über die Aufarbeitung zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und das thematisiere ich sehr regelmäßig. Und ich erlebe es, dass gerade in diesem Zusammenhang sich immer wieder auch Betroffene melden, die dann auch dankbar sind für diese Anonymität durch gerade diese Online-Möglichkeit und die mir erzählen, was ihnen passiert ist oder mit denen ich im Gespräch bin und ich auch immer gucke, wie kann ich da unterstützen oder helfen und die Anlaufstellen nennen und was kann ich damit gestalten und begleiten. Im Netz sind Sie ja als Teresa liebt unterwegs. Was lieben Sie? Wie kommt dieser Name zustande? Ja, der Name kam zustande, dass ich zu Beginn so ein bisschen ausprobiert habe und dann irgendwann gemerkt habe, dass ich vor allem Dinge poste, die ich liebe und dass es ganz viel damit zu tun hat, dass ich Bilder und Fotos und Ästhetik liebe und dass das so mein Start war auf Instagram und jetzt fühle ich mich damit ganz wohl, weil das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so eine Aufgabe an mich selbst, Menschen in Liebe zu begegnen und irgendwie gleichzeitig Leben in Liebe zu gestalten. Das klingt vielleicht immer so ein bisschen kitschig, aber grundsätzlich versuche ich schon positiv durchs Leben zu gehen und merke oft im Laufe des Tages, wie viele kleine Dinge ich auch liebe und das sind für mich wie kleine Gebetsformen. Kleine Gebetsformen, sich an der Liebe zu orientieren oder dahin zu gucken, was man liebt. Ja und auch dankbar zu sein für das, was man hat und was da ist. Also das ist für mich ganz oft das, dass ich merke im Frühling, wenn so diese erste leichte Brise, die so nach Frühling duftet zum Beispiel, mir durchs Gesicht streicht. Das ist was ganz Kleines und für mich macht das aber ganz viel von Liebe aus und ganz viel von, wie ist eigentlich auch Gott für mich und wo begegnet mir Gott. Und das ist etwas, was mich wirklich mit Liebe erfüllt, weil ich es auch wirklich liebe zu leben und dafür sehr dankbar bin. Was ist für Sie die Stärke des Christentums? Also eine der wichtigsten Stärken ist, dass Glaube die Kraft gibt, an Dingen im Leben nicht zu zerbrechen. Und das bedeutet nicht, dass das durch den Glauben alles leichter wird, sondern es bedeutet, dass man nicht alleine durchs Leben geht. Und das ist für mich eine Stärke, die hat mich durchs Leben getragen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das durch meinen Beruf auch einfach hauptberuflich weitergeben kann. Und was hat Sie dazu gebracht, das dann auch hauptberuflich zu machen, also hauptberuflich als Pastorin? Ich hatte sehr viel Freude daran, als Jugendliche eine wirklich gut funktionierende Jugendarbeit zu erleben und habe mich da sehr wohl gefühlt. Und da hat sich bei mir dann der Wunsch daraus entwickelt, dass ich gerne anderen Menschen das weitergeben wollte, dass ich gerne genau dieses Gefühl von, du bist gut, so wie du bist, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist gesegnet, dass ich das weitergeben kann an Menschen, die auch gerade in Momenten in ihrem Leben sind, wo sie das Gefühl haben, dass ihnen das gerade keine andere Person zusagt. Und da finde ich, sind gerade so Beerdigungen ein ganz wichtiger Punkt, wo ich merke, das sind halt so Punkte im Leben, die werden von der Gesellschaft oft ausgeklammert, weil das ist so ein schweres Thema. Und wir beschäftigen uns so ungern mit dem Thema Tod und Sterben. Und gerade bei Beerdigungen habe ich aber das Gefühl, da mache ich Kernaufgaben meines Berufs. Sie sind ja vor einigen Jahren, haben Sie ja den Titel gekriegt, Beste Flauscherin. Da denkt man ja erstmal so ein bisschen an Plüsch, was bedeutet das? Ja, das ging darum, dass da geguckt wurde, wer verbreitet positive Nachrichten. Und ich fand es ganz spannend, als ich da nominiert wurde, weil ich gedacht habe, ich spreche ja auch ganz regelmäßig kritische Dinge an. Also es gibt ja bei mir nicht nur positive Nachrichten. Aber es wurde dann so gevotet und abgestimmt, weil es grundsätzlich um eine positive Einstellung mit dem Blick aufs Leben ging. Und das fand ich ganz schön. Da war ich auch wirklich dankbar, gerade für alle, die da für mich abgestimmt hatten. Was würden Sie sagen, was ist grundsätzlich im Netz möglich, was analog nicht geht? Schneller Kontakt, schnelles Nachfragen, schnelles ins Gespräch kommen, gerade für Leute, die vielleicht irgendwie ein bisschen vorsichtiger sind. Kontaktaufnahme, die auch niedrigschwelliger ist, als wenn man beispielsweise eine E-Mail schreibt oder einen Brief. Und dadurch eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und auch, ich meine wirklich kennenlernen, die man sonst vielleicht gar nicht kennenlernen würde, weil sie viele, viele Kilometer entfernt wohnen und man sich nicht so leicht regelmäßig treffen würde. Also das Treffen findet allein im digitalen Raum statt, oder? Gibt es da auch, dass die Leute, die ihnen folgen, auch miteinander in Kontakt treten? Also bleibt das in der Anonymität? Ja, ich erlebe schon, dass das Digitale immer ins Analoge auch zieht. Also ein schönes Beispiel dafür sind oft Kirchentage. Bei Kirchentagen kommen dann viele zusammen und das ist dann immer ein total schönes Treffen, weil man plötzlich Leute trifft, die man manchmal seit zwei Jahren schon digital kennt und dann erstmalig trifft. Und das ist ein totaler Schatz. Und auch andere Veranstaltungen, das ist schon immer ein Wunsch, sich dann irgendwann nochmal auch wirklich zu sehen. Und für einige nicht, aber für einen Großteil erlebe ich das schon, dass es Digitale ins Analoge zieht. Was sind aus Ihrer Sicht so die Schattenseiten an der Arbeit von Kirche im digitalen Raum? Dass gerade die leitenden Personen in den meisten Landeskirchen oder Kirchenkreisen noch keine Ahnung haben, wie sehr das Digitale und die Digitalität unsere Kommunikationsstrukturen verändert hat. Weil das ist eine Realität, hinter die wir nicht mehr kommen. Also wir können uns darüber ärgern, dass es so ist und dass Social Media so einen großen Einfluss hat und dass unsere Aufmerksamkeitsökonomie ja so einfach abgenommen hat, weil die Videosequenzen oftmals so viel kürzer sind. Aber es ist eine Realität. Und das verändert die Kommunikation, das verändert die Hierarchieform. Und das, finde ich, ist die größte Herausforderung, das immer wieder zu erklären. Das ist das eine auf der einen Seite. Und dann im Digitalen ist es natürlich herausfordernd, dass es jede Menge Form von Hassnachrichten gibt. Und Gewaltandrohungen und dass das was ist, wo sich manche Menschen dann gerade im politischen Bereich oftmals nicht mehr in dieser Form ins Digitale trauen oder ein ganzes Team brauchen, um das regelmäßig zu bearbeiten. Und da braucht es wirklich ein solidarisches Zusammenstehen und ein gemeinsames Eintreten gegen Hass im Netz. Wie gehen Sie damit um? Wie oft mussten Sie schon Anzeige erstatten? Ein, zwei Mal. Aber ich melde ganz regelmäßig Dinge bei Instagram oder blockiere. Das passiert ganz regelmäßig. Und das ist was, was ich auch allen empfehlen würde, weil das ganz schnell was damit zu tun hat, dass es einem seelisch auch gut geht. Also als ich 2019 die allerersten Hassnachrichten bekommen habe, musste ich mich damit wirklich viel auseinandersetzen. Das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe das dann lange aufgearbeitet mit einer Supervision. Das ist eine Form von Coaching, um für mich da wirklich gute Mechanismen zu finden, wie mich Hassnachrichten nicht mehr treffen und nicht mehr berühren und nicht mehr tangieren und aus dem Alltag rausnehmen. Mittlerweile ist es wirklich so, dass es mich nicht mehr trifft, sondern dass ich oft Screenshots mache oder gucke, was blockiere ich, was bringe ich zur Anzeige, was melde ich. Und das ist total hilfreich, weil ich damit andere unterstützen kann, die sowas erstmalig erleben. Aber grundsätzlich gibt es Studien, die zeigen, dass das digitale Geschriebene, digitale Hass für die Seele gleichbedeutend ist mit analogem Hass. Und das muss man immer für sich vor Augen halten, wenn sich manche Menschen einfach hinsetzen und dann Frust rausschreiben und ungefiltert ihre Meinung raushauen. Also das ist das, dass es schon davor auch einfach gab und analog dann nur unterdrückt wird, so? Nee, das ist wirklich das, wie es bei der Seele bei den Leuten ankommt. Also eine Person, die digitalen Hass erfährt oder eine Hassnachricht, dass es für die Psyche bedeutet, ist es gleichbedeutend, als wenn man das analog gesagt bekommt. Das macht das Gleiche mit einem. Und das heißt, man braucht Strategien, um das wirklich auch gut wegzuarbeiten für einen und auch gut damit umzugehen. Und der Punkt ist, dass die Kommunikation halt damit viel stärker gestiegen ist. Also die Leute hatten ja vorher gar nicht die Möglichkeit, regelmäßig beispielsweise zu PolitikerInnen zu gehen und denen irgendwelche Dinge an den Kopf zu knallen. Digital können sie das alles schreiben. Ich frage mich, wird der Hass dann dadurch noch mehr, dass er ausgedrückt wird? Ich glaube, der Hass wird vor allem dadurch kanalisiert, wenn es beispielsweise unter einem Beitrag viele Hasskommentare gibt und die nicht gut moderiert werden. Also das ist was, was ja eine Aufgabe ist, auch wenn man Social Media betreut, dass man dort oftmals so eine Social Media Policy oder eine Etikette hat, wo klar ist, hier gibt es keine Beleidigung, hier gibt es keine Hassnachrichten, wenn man das aber nicht gut moderiert und das auch irgendwie einschränkt, dann schürt das natürlich die Meinung, ah, okay, da sind die ein, zwei Leute, die hier sehr laut sind, sehr viele Kommentare schreiben und das hat man ja in Studien gesehen, dass gerade die Accounts, die dann mit viel Hass überschüttet wurden, oftmals nur wenige Personen hatten, die aber viele verschiedene Accounts sich angelegt hatten und dass das natürlich so aussieht, als wären das ganz viele, die dieser Meinung wären. Das ist ein Beispiel für so einen Shitstorm, wie der oftmals dann auch vorkommt. Also da gibt es schon Unterschiede. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der digitale Hass, dass der das sozusagen befeuert, die Art der Kommunikation hat sich einfach verändert und Leute sind mittlerweile an dem Punkt, dass sie ganz regelmäßig sagen oder schreiben, das wird man ja wohl mal noch sagen dürfen. Ja. Sie haben ja gerade ein Buch veröffentlicht, Loslassen, Durchatmen, Ausprobieren, die Zukunft der Kirche beginnt nicht nur im Kopf. Wo beginnt sie denn? An den Orten jeweils und bei den Menschen, die wirklich auch Freude daran haben, Kirche in dieser ganzen Reformgeschichte zu gestalten. Also wir sehen, dass sich Kirche verändert, dass die Mitgliederzahlen sinken und dass das natürlich ein Punkt ist, wo es darum geht, dass man Kirche solidarisch und nachhaltig gestaltet und zwar für eine Generation, die nach uns kommt und anders als die Generation, die es vor uns gemacht hat, weil es in dieser Form ja jetzt gerade an dem Punkt gelandet ist, wo es ist. Und das heißt, wir müssen gemeinsam auch generationenübergreifend Kirche gestalten in einer Art und Weise, die vor allem nachhaltig ist und mit jeder Entscheidung, die wir heute treffen, überlegen, was bedeutet das auch für diese in der Mitgliedszahl kleiner werdende Kirche in zehn Jahren. Worin sehen Sie die Stärke der Kirche? Ich sehe die Stärke in der Kirche, dass es ein Ort ist für Menschen, die den Wunsch haben, angenommen zu werden und etwas verändern zu wollen und Halt zu finden. Und ich sehe die Stärke der Kirche darin, dass sie in der Gesellschaft einfach eine Playerin sein kann, die klar gegen Menschenverachtung und gegen Hass sich einsetzen kann. Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, wo ich denke, dass wir das weiterhin so laut und deutlich machen sollen und können, wie es schon aktuell passiert, beispielsweise bei der zivilen Seenotrettung. Frau Brückner, was ist Ihr Trost und Ihre Hoffnung? Mein Trost ist, dass es ein Leben gibt nach dem Tod und zwar wirklich im Sinne von nicht kitschig und klischeehaft, wie es oft dargestellt wird, sondern als ein Ort, der der schönste Ort ist für jede Person, die die Person braucht. Und das kann variabel und fluide und in der Veränderung sein und ich freue mich auf diese Zeit, in der einfach alles gut ist und alles heil und keine Schmerzen und keine Tränen mehr sind. Und das ist für mich wirklich eine Hoffnung, die mich fröhlich durch dieses Leben geht, weil ich ganz oft denke, in den kleinen Momenten, wo ich hier das Gefühl habe, das ist schon ein Stück vom Himmel, da kann ich davon schon was fühlen. Und das ist schon ein Stück das ist schon ein Stück das ist schon ein Stück